Das Blade, zu Deutsch Klinge, ist Razors erstes 14 Zoll Gaming-Gerät. Mit rund 170 mm Höhe und knapp 1,9 kg Gewicht bewegt es sich zwischen einem Ultrabook und einem Spiele-Laptop. Die Verarbeitung des Razor Blade ist exzellent. Die matt-schwarz eloxierte Oberfläche verleiht dem Aluminium ein kühles und für Fingerabdrücke unempfindliches Aussehen. Razor verbaut insgesamt drei USB 3.0-Anschlüsse sowie einen HDMI-Ausgang. Ein Kartenleser fehlt. Das Kensington-Schloss sichert die Klinge gegen Diebstahl. Razor legt einen USB-Auf-Ethernet-Adapter bei. Drahtlos verbindet sich das Blade mittels Bluetooth 4.0 oder WLAN nach 802.11n-Standard. Die optional grün beleuchtete Chiclet-Tastatur tippt sich gut, aber nicht herausragend. Außerdem sind die Eingabe und zwei der Pfeiltasten etwas zu klein geraten. Das gegen Kratzer unempfindliche Touchpad mit zwei dedizierten Maustasten ist multitouchfähig und erlaubt eine Gestensteuerung. Vor allem aber arbeitet es präzise. Selbst Ego-Shooter sind mit etwas Gewöhnung gut spielbar. Die seitlich neben der Tastatur eingebauten Stereo-Lautsprecher klingen überraschend gut, auch auf maximalem Pegel. Ein Kopfhörereingang sowie ein Mikrofon sind vorhanden. Daten sichert das Razor Blade auf einer SSD mit 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz. Der Hersteller hat neben Windows 8 in der 64-Bit-Version nur die notwendigen Treiber installiert. Die 8 GB Arbeitsspeicher sind heutzutage Standard. Das Display des Razor Blade ist ein 14 Zoll TN-Panel mit 1600 x 900 Pixeln. Diese native Auflösung ist vergleichsweise gering, aber Teil des Gaming-Konzeptes. Das Panel fällt in der Kategorie Blickwinkelstabilität durch. Die Farben und Schwarzwerte gehen gerade noch in Ordnung, die maximale Helligkeit ist nur Mittelmaß. Dafür gehört das Razor Blade dank der GeForce-Grafik und des Hessville-Vierkern-Prozessors zu den schnellsten 14 Zoll Gaming-Notebooks am Markt. Der Cloud-Gate-Test des 3D-Mark gibt fast 11.000 Punkte aus und selbst fordernde Titel wie Crysis 3 laufen mit hohen Details und geringen Kantenglättungsstufen flüssig. Dank NVIDIAs Optimus ist die Akkulaufzeit mit bis zu 6 Stunden gut. In Spielen erreicht das Gerät nur etwa 90 Minuten. Die Lautstärke der Lüfter hält sich dabei in Grenzen. Das Notebook wird aber sehr warm. Fazit Das Razor Blade gehört zu den schnellsten 14 Zoll Laptops auf dem Markt und ist zudem das einzige, das fast so klein ist wie ein Ultrabook. Die Leistung überzeugt, das TN-Panel enttäuscht. Das Razor Blade kostet je nach SSD rund 1.350 bis 1.700 Euro, ist aber nur in Nordamerika erhältlich. Das Razor Blade kostet je nach